Guten Morgen, heute dritter und letzter Tag unserer Vertrauensleute-Konferenz hier in Willingen. Wir machen gleich nochmal eine Zusammenfassung der Arbeitsgruppenergebnisse. Dann werden wir eine Willinger Erklärung verabschieden, die ihr nochmal nachlesen könnt. Und ganz zum Schluss wird Detlef nochmal alles zusammenfassen und uns nach Hause schicken. Drei Konferenztage sind jetzt zu Ende. Sie waren anstrengend. Wir haben viel und lange diskutiert. Wir haben aber auch ganz viele arbeitet und ganz viel geschafft. Vor allen Dingen hat es Spaß gemacht, mit so vielen Leuten an wichtigen Themen zu diskutieren. Es ist auf jeden Fall klar geworden, was für uns noch ansteht. Bis zur Bundestagswahl nächstes Jahr. Wir werden viel arbeiten, um wieder Wertschätzung von Arbeit durchzusetzen. Wir haben auf jeden Fall viel zu tun im Rahmen von Leiharbeit und Werkverträgen. Auch Europa bleibt für uns ein Handlungs- und Herausforderungsfeld. Ich denke, wir haben wirklich gute Sachen auf den Weg gebracht. Wir haben auch unseren beiden Vorsitzenden viel auf den Weg gegeben. Ich bin aber auch froh, dass es jetzt zu Ende ist, dass wir jetzt alle wieder nach Hause fahren können. Ich bedanke mich bei euch. Es hat Spaß gemacht, mit euch die Konferenz zu begleiten. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.